Wir sind die Caritas am Himmel. Ich bin Andreas Lechner und arbeite seit sechs Jahren bei der Caritas schon und jetzt bin ich seit zwei Jahren in der Gartengruppe. Ich habe zum Beispiel die Gurken aufziehen, ernten. Die esse ich sehr gerne und ich schneide mir nichts und ich esse das Ganzes. Also es gibt einmal die Mensa-Gruppe, die ist fürs Mittagessen zuständig, dann die Einkochgruppe, die kochen die Sachen ein, die wir halt ernten. Dann gibt es natürlich die Gartengruppe. Ja, eigentlich helfe ich auch meistens in der Realgruppe ein bisschen aus, Rasenmähen, Sachen reparieren. Bei mir in einem Job ist man viel an der frischen Luft, es macht mir Spaß mit meinen Kollegen zu arbeiten. Ruft einfach an, meldet euch. Wenn ihr hier arbeiten wollt, es wird einfach eine gute Zeit. 10.00 Uhr